Neue Woche, neues Glück mit Jenny beim Quick and Dirty und das Beste ist, sie weiß von nix. Jenny, wie oft wäschst du deine BHs? Wäschst du die nicht nur einmal, also zweimal. Wenn es ein spitziger Tag war, dann nur einmal. Und wäschst du die wirklich immer mit der Hand? Ja, durchgängig. Hast du mehr Schuhe oder BHs im Schrank? Absolut, BHs. Magst du lieber schlichte oder bunte Unterwäsche? Mir ist es egal, ob sie die passt von bestimmt. Wirklich wurscht, völlig knackgewurscht. Und hast du zu jedem BH, das passt nur Unterteil an? Ne, aber wenn es eine knallige Farbe ist oder ein schönes Muster, dann passt der immer dazu. Aber wenn es einfach ein normaler schwarzer für den Alltag ist, dann kann er auch mal einen anderen dazu. Okay, vielen Dank. Gerne.